So, Hallihalüchen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute kommt das lang ersehnte Time Wonderland Update-Video. Wie vielleicht der ein oder andere weiß, ich habe ja schon ein Video darüber gemacht, wo ich 60 Tage lang Time Wonderland getestet habe mit einem Investment von 200 Dollar, also ca. 180 Euro und habe darüber schon ein Update-Video gemacht. Das hat super viele Klicks bekommen, ich glaube 5.500 oder 6.000 Klicks. Danke auf jeden Fall dafür, also wirklich cooler Support. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn 30 Tage später, also jetzt nach drei Monaten mit meinem Investment passiert. Nur nochmal zum Update oder nur nochmal so zur Information. Wir waren bei 0,11 Memo zu einem damaligen Preis von 5.000 Dollar ungefähr per Time-Token. Wir sind jetzt hier schon auf der Wonderland Time-Webseite und wir fackeln jetzt nicht lange rum. Wir klicken mal drauf. Das Dashboard sollten die meisten ja jetzt dann schon kennen, wenn es geladen hat. So, da ist es. Und zwar habe ich die Wallet schon connected. Und wie wir hier sehen, haben wir 0,21481 Memo-Token. Also, im letzten Video, vor ca. 30 Tagen, hatten wir 0,11 Memo. Also haben wir das fast verdoppelt. Was natürlich gut ist. Also unsere Anzahl von Memo-Token hat sich fast verdoppelt. Das ist natürlich schön. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, du warst vor 30 Tagen bei 500 Dollar ungefähr, an quasi, was dein Investment wert ist. Aber da war der Preis von Time-Wonderland auch bei 5.000 Dollar. Wo ist er denn jetzt? Bei 2.231 Dollar. Ja, der ist leider ziemlich, ziemlich gefallen. Ja, das ist schade. Und das, ja, kann man auch nichts gegen tun. Es ist einfach so. Wenn wir uns jetzt eben die Chart anschauen, wie wir hier sehen, vor drei Monaten. Als ich investiert habe mit meinen 170, 180 Euro, habe ich so zwischen, ja, 6.500 bis 8.000 Dollar eingekauft. Jetzt sind wir, ja, wie gerade gesagt, bei 2.200 Dollar. Also habe ich schon bei meinem Investment, habe ich quasi sehr teuer eingekauft, kann man so sagen. Ich habe in der Hinsicht schon gut Geld verloren. Aber durch die hohe APY hat sich das halt wieder alles ausbalanciert. Und wir stehen jetzt, wie ich gerade gemeint habe, bei 0,2148 Memo. Und was ist das jetzt zum heutigen Stand wert? Das sind 478 Dollar. Ja, jetzt kann man sagen, das ist natürlich scheiße, weil wir haben Geld verloren. Das stimmt. Im Endeffekt sind wir immer noch, ja, haben unser Geld über verdoppelt, sage ich mal, von unserem 200 Dollar Investment von vor 90 Tagen. Aber es hätte natürlich besser sein können. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, wie wäre es denn, wenn der Preis jetzt bei den 5.000 Dollar geblieben wäre, dann hätten wir jetzt 1.100 Dollar. Wenn wir gesagt haben, gut, vielleicht wäre er zu deinem Einstiegspreis ja schon wieder gestiegen. Also gehen wir mal so auf 7.000 Dollar per Time, hätte ich schon 1.530 Dollar. Was natürlich bei einem Investment von 200 Dollar nach 90 Tagen, 1.530, ist natürlich nicht schlecht. Ist wirklich nicht schlecht. Wäre natürlich auch fast schon zu schön gewesen, um wahr zu sein. Im Endeffekt ist Time jetzt wirklich krass gefallen. Wird es weiter fallen? Das kann euch natürlich keiner sagen. Das weiß auch ich nicht. Aber man muss ganz klar sagen, wenn man sich die Yearly-Chart anschaut, wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo man sagen kann, gut, der Preis ist aktuell günstig. Im Vergleich zu was er hier war. Ich muss sagen, ich habe halt einfach gekauft, ohne jetzt groß drüber nachzudenken. Es waren ja auch nur die 200 Dollar. Natürlich zu teuer eingekauft. Aber wie man hier natürlich sieht, trotz des hohen Einkaufspreises hat sich über die gewisse Zeit es trotzdem gelohnt. Und das ist eigentlich so dieser Hauptpunkt zu Time Wonderland. Weil auch wenn man jetzt sagt, okay Niklas, das geht noch weiter runter. Ich glaube jetzt nicht, dass das weiter funktioniert. Also sagen wir mal 500 Dollar per Time Token. Dann wären das jetzt, also wenn er jetzt auf 500 Dollar fallen würde, hätte ich nur noch 110 Dollar. Also ich hätte quasi fast 100 Dollar verloren. Aber wenn man jetzt hier sagt, okay, man wartet halt einfach mal ein bisschen 30 Tage zum Beispiel. Dann ist man schon wieder fast auf Plus, Minus, Null. Dann wartet man 60 Tage. Dann bin ich schon wieder im Gewinn. Also von meinem Initial Investment natürlich jetzt immer noch im Verlust. Aber ich möchte euch damit einfach nur zeigen, dass das das Schöne ist bei Time Wonderland durch die hohe APY. Es dreht sich eher darum, wie lange ist man denn in Time Wonderland investiert. Und nicht unbedingt, es ist schwierig hier wirklich zu sagen, was der Preis macht. Das ist bei so DAO-Projekten wirklich schwer. Das ist nicht wie bei Bitcoin oder Ethereum, wo man das auch manchmal predikten kann. Es ist hier wirklich schwierig zu sagen, was passiert. Weil durch diese APY und wie das ganze System funktioniert, ist es wirklich schwierig, gute Price Predictions zu geben. Aber was man hier halt ganz klar sieht, auch wenn der Preis auf 250 Dollar fällt, es spielt sich einfach nur, wie lange ist man dabei. Sind es 90 Tage, also wenn ich quasi jetzt die Zeit, die ich jetzt schon drinnen war, nochmal drauflegen würde, dann wäre ich selbst bei einem Time-Preis von 250 Dollar immer noch ein bisschen im Plus. Und das zeigt einfach doch, wie stark Time in der Hinsicht ist, wenn man sich die Time mal nimmt, sich mal ein bisschen die Zeit nimmt und sein Time ein bisschen in dem System drin lässt. Dann ist der Einkaufspreis quasi egal. Natürlich kann man auch hier Geld verlieren, natürlich ist dieses Video keine Finanzberatung, aber das soll jetzt ein kleines Update-Video gewesen sein. Also aktuell zum Current-Time-Price von 2.229 Dollar habe ich 0,21481 Memo und die sind 478 Dollar wert. Also im Vergleich zu meinem Video von vor 30 Tagen habe ich knappe 80, 90 Dollar verloren. Es ist trotzdem in Ordnung. Ich habe meine Memo-Balance verdoppeln können. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt mal weitergucken. Ich halte euch natürlich weiterhin updated. Ebenso wie es gibt ein großes Update-Video, entweder morgen oder übermorgen, weil es gab ganz, ganz viele News zu Wonderland Time. Das hat was mit diesem Wrap-Button hier zu tun. Das würde das Video jetzt sprengen, wenn ich das noch mit reinnehme. Aber bleibt auf jeden Fall gespannt. Abonniert gerne den Kanal und gebt natürlich auch gerne ein Like auf dieses Video. Dann verpasst ihr nichts, weil in den nächsten ein, zwei Tagen kommt ein sehr, sehr wichtiges Update zu Time Wonderland und dieser Wrap-Funktion hier und noch weitere Bullish-News für Wonderland Time. Und die sind natürlich auch einer der Hauptgründe, wieso ich weiterhin optimistisch in die Zukunft schaue und mein Geld weiterhin in diesem Projekt drin lasse. Das soll es mit dem kleinen Update-Video gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.